Wächter in der Einsamkeit Die Patrouillenflieger entdecken einen neuen Planeten. Doch niemand will es ihnen glauben. Von Clark Doughton. Man schreibt das Jahr 2113 irdischer Zeitrechnung. Für die Erdmenschen sind also seit der erfolgreichen Mondlandung eine Rakete mit chemischem Antrieb dem Auftakt der echten Weltraumfahrt noch nicht einmal anderthalb Jahrhunderte vergangen. Trotz dieser nach kosmischen Zeitmaßen unglaublich kurzen Spanne hat es das von Perirodan geschaffene und geleitete Solare Imperium fertiggebracht, zu einem Eckpfeiler galaktischer Macht zu werden. Natürlich fanden die Terraner bei ihrer sich selbst gestellten Aufgabe wichtige Helfer. Denken wir nur an den Arkoniden Krest und das Energiewesen von Wanderer, an Atlan, Harno, Diswon und Goki, den Mausbiber. Doch wäre diese Aufgabe nie vollbracht worden ohne den selbstlosen, opferbereiten Einsatz all der Terraner, die die Sehnsucht nach den Sternen im Herzen trugen. Die neue Bedrohung aus dem Interkosmos, dem Raum zwischen den Milchstraßen, stellt allerdings alle Verantwortlichen vor ein fast unlösbares Problem. Wie bekämpft man Aggressoren, deren Raumschiffe nahezu unzerstörbar sind? Terraner und Arkoniden haben inzwischen unter großen Opfern eine Kette von Mess- und Beobachtungsstationen um einen Teil der Galaxis gelegt. Und die Stationsbesatzungen haben die Aufgaben, auch selbst die kleinste Veränderung im interkosmischen Raum sofort zu registrieren und zu melden. Die Männer, die angesichts der interkosmischen Leere und Posten stehen, das sind die Wächter in der Einsamkeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und damit Hallo zu einer neuen Ausgabe Stardustruf Terra heute zu Wächter in der Einsamkeit Band 135 der Peri-Rodan-Heft-Roman-Serie im Zyklus Die Pospis Die Patrouillenflieger entdecken einen neuen Planeten, doch niemand will es ihnen glauben. Autor ist heute Clark Dalton, in Illus und Titelbild natürlich von Johnny Brook. Erstmals erschienen ist das ganze Ding am 3. April 1964 und wir befinden uns in der Handlungszeit im Jahr 2113. Zu den Innenillustrationen muss ich sagen, bleibt mir nur übrig zu sagen, ganz nett. Hier gefallen mir aber ausnahmsweise mal die der vierten Auflage ein bisschen besser. Die kommen für mich einfach besser zusammen und haben auch irgendwie mehr bedrohliche Stimmung. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, sind nett anzuschauen, aber ein wirkliches Muss sind die für mich persönlich jetzt auch nicht. Ganz im Gegenteil dazu finde ich, dass das Titelbild richtig, richtig toll ist und auch hier wieder Extrapunkte bekommt, weil es eben diesen direkten Handlungsbezug hat. Alles klar. In Illus, so ein Daumen zur Seite, Titelbild, ein Daumen nach oben. Wir gehen rein in den Roman und schauen mal auf die Raumschiffe. Da ist heute mit dabei die Theoderich und die Station MS-13. Es gibt noch andere Stationen, dasselben Typs, die im Roman vorkommen. Hier geht es aber mit Masse um MS-13. Bei den Personen ist es ganz einfach. Da ist der Oberst Schramm dabei, Perry Rodan, Adlan, Reginald Bull, Major Glenn Henderson, das ist der Kommandant von Station MS-13, die Besatzung der Station, das wären da, Captain Morat, Sergeant Molnar, Sergeant Fritz, Leutnant Miller, Kadett Pichler und Sergeant René. Auf der Theoderich haben wir noch mit dabei Jefe-Claudrin, Bratzo-Alker, Major Rox, der, glaube ich, ein Beiboot kommandiert, Harris und den Chefphysiker Gernot. Die Mutanten sind auch mit von der Partie da, sind dabei Gucki, Iltu, Betty Tufri, John Marshall, Harno und Rast Shubai. Einen namentlichen Akon müssen wir da noch erwähnen. Neben einem weiteren Vertreter der Familie Lastor haben wir Mentor von Karastor im Roman. Handlungsorte sind heute der Leerraum zwischen Milchstraße und Andromeda, auch wenn das recht unspezifisch ist. Wir haben Sphinx bzw. Trora im blauen System und Salorath, die akonische Kolonie. Gehen wir rein in die Handlung und starten ins erste Kapitel. Auf der terranischen Station MS-13 machen die Männer der Besatzung eine seltsame Entdeckung. Ein einsamer Planet rast auf die Milchstraße zu. Er trägt einen Energieschirm mit einer Ausdehnung von zehn Lichtminuten. Zehn Lichtminuten, Leute. Die Gazelle der Station trifft auf dem Planeten gelandet auf einen POSBI und seltsame Funkanlagen. Nach der Vernichtung des Roboters und der Funkstation kehrt die Gazelle wieder zur Station zurück, der Planet verschwindet und man vermutet, dass er den Kurs geändert hat. Eine Meldung geht raus an den Vorgesetzten der Überwachung, Oberst Schramm. Zweites Kapitel. Hinter der seltsamen anonymen Person, Oberst Schramm, versteckt sich der Administrator Perirodan selbst. Er kündigt sein Kommen mit der Theoderich an. Er will alle gesammelten Erkenntnisse über den seltsamen Planeten erfahren. Und sich einer eigenen Mission am Rand der Milchstraße widmen. Perirodan bringt eine mächtige Gruppe seines Mutantenkorps mit auf diesen Einsatz und einen Trupp aus 30 Antis. Er will mit seinen Telepaten und der Unterstützung der Priester des Baluls nach Harno rufen. Mit seiner Hilfe erhofft er sich die Möglichkeit, die getarnten POSBI-Stationen und Planeten zu finden. Peri berichtet unter anderem von neueren Erkenntnissen, dass die POSBI-S Planeten aus der Milchstraße entführen, um sie im Leerraum zu einer Festungsanlage zusammenzufügen. Perirodan lässt seine Mutanten in den Leerraum lauschen und nach zwei Wochen der beharrlichen Arbeit kommt es endlich zum Kontakt mit Harno. Harno und Peri tauschen sich aus und in diesem Gespräch rund um die Hilfeleistung der kleinen Televisionskugel kommt folgendes Zitat. Peri verdeutlicht Also auch Harno scheint nicht ganz der Meinung zu sein, die Peri da hat. Die Terraner besitzen die Milchstraße noch nicht, sondern sie gehört allen lebenden Wesen, die sich friedlich damit auseinandersetzen wollen. Harno springt zu den Terranern und Peri beordert die Theoderich zur Station, um abzufliegen. Man verabschiedet sich herzlich von der Besatzung von MS-13. Drittes Kapitel Auf der Theoderich hofft man, dass die neuen, auf das Plasma der Pospis abgestimmten Narkosestrahler eine entscheidende Wende im Kampf mit den Robotern bringen werden. Nach einer kurzen Inspektion des Flaggschiffs und den neuen Schwebepanzern kommt die Meldung von Harno, dass er etwas entdeckt hat. Auf einer fernen Welt, die irgendwie akonidisch anmutet, kommt es zu einem Angriff der Pospis. Die positronisch-biologischen Roboter tragen die Oberfläche des Planeten ab, die Bevölkerung ist vollkommen schutzlos. Als man noch über Umwege die Position und Spezies zu bestimmen versucht, geht ein Notruf über Hyperfunk auf der Theoderich ein. Kolonialarkonen rufen um Hilfe. Es handelt sich um genau diese Welt, die Harno erkannt hat. Peri Rodan befiehlt, Kurs auf das blaue System zu nehmen, um dort die genaue Position der Kolonialwelt zu erfragen. Um dann den Pospis mit den neuen Narkosestrahlern auf die Pelle zu rücken. Viertes Kapitel Auf der akonischen Heimatwelt tut sich der akonische Hoher Rat schwer damit, die Terraner bei ihrem Hilfeangebot zu unterstützen. Man weigert sich beharrlich dagegen, die Koordinaten der Welt Salorat preiszugeben oder überhaupt nur zuzugeben, dass es eine akonische Kolonie gibt. Mentor Karastor, der dem Hohen Rat der Akonen vorsteht, stellt sich quer gegen die Angebote der Hilfe, die eben von Peri unterbreitet werden. Denn die schizophrenen Machtpolitiker glauben, dass Peri Rodan das Wissen um die akonische Kolonien gegen die Akonen verwenden will. So blitzt Peri bei den Chefakonen ab und kündigt an, weiterhin auf eigene Faust nach der Kolonialwelt zu suchen, auch wenn er dazu bis ans Ende des Universums fliegen muss. Während die Terraner auf das Eintreffen einer akonischen Flotte unter dem Kommando von Atlan warten, macht sich Gucki auf, um erneut auf der Heimatwelt der Akonen zu kundschaften. So finden die Terraner nun heraus, dass die Akonen sie nicht mit einem Schiff und den Koordinaten losschicken wollen, sondern über einen Riesentransmitter, der Drora mit der Kolonialwelt Salorath verbindet. Da Peri aber unbedingt wissen will, was die Pospis auf der Welt anstellen, ist er geneigt, dieses Angebot anzunehmen, wenn es denn offiziell unterbreitet werden sollte. Die offizielle Note kommt und Helos von Lastor, das ist eben der Nachfahre oder ein weiterer aus der Familie von Auris von Lastor, erlaubt den Terranern mit 5000 Mann nach Salorath vorzustoßen. In zwei Stunden soll der Transmitter zur Verfügung stehen. Ein kleiner Teil von Atlans Flotte landet auf Drora und unterstützt die Terraner. Peri startet mit Schiffs und Gazellen durch den Transmitter, an der Spitze dieser kleinen Streitmacht. Fünftes Kapitel. Gerade als die Terraner auf der belagerten Welt materialisieren, erkennen sie, dass die Akonen den Transmitter hinter ihnen abgeschaltet haben und somit den Rückweg abgeschnitten haben. Peri lässt die Flugpanzer abladen und die Saugschiffe, die Teile der Planetenkruste abtragen, angreifen. Da hatte ich so ein bisschen Erinnerung an den Negasphäre-Zyklus, da ist es ja auch so, dass die terminale Kolonne da Kabinette aus Drora rausschneidet. Also nicht aus einer akonischen Kolonialwelt, sondern aus Drora selbst. Über Hano wird eine Verbindung zu Adlan improvisiert, dem die ungefähre Richtung und Entfernung in Bezug auf das blaue System mitgeteilt wird. Er soll mit seiner Flotte nachstoßen, um Insatz zu leisten. Der Chefphysiker Gernot analysiert die Tätigkeit der Saugschiffe wie folgt und hier im Zitat Peri lässt mit allen Mitteln angreifen und eben auch mit den Flugpanzern, nicht nur mit den Gazellen, Wenn er nicht erfolgreich sein sollte, hofft er wenigstens Hinweise auf weitere Stationen oder vielleicht sogar die Heimatwelt der Pospis zu gewinnen. Mit den neuen Narkosestrahlern und der Zielanweisung von Hano schafften die Terraner es, das Zellplasma einzuschläfern. Immer mehr Pospis gehen sich gegenseitig an den Hals. Der Robotkommandant ruft um Hilfe. Die Terraner können den Funkruf über ihre Funkanlage mithören. Eine terranische Gazelle ist zurückgeblieben und gibt der akonidischen Flotte andauernde Peilsignale. Peri schickt die terranischen Teleporter Gucki und Rast Schubei los, um Bomben im Inneren der Pospi-Würfel zu platzieren. Als die Raume hochgehen, ziehen sich die Terraner zurück. Damit haben sie eines der insgesamt 14 Saugschiffe vernichtet, sieben weitere wurden lahmgelegt durch den Einsatz der Narkosestrahler. Die sechs übrigen Fragmentraumer versammeln sich und bilden eine Wagenburg aus Raumschiffen. Recht wenig überraschend vergehen die gelähmten Schiffe durch Selbstvernichtung. Aber auch die Terraner sammeln sich beim deaktivierten Riesentransmitter, denn man glaubt, dass die Pospis entweder saugen oder kämpfen können. Doch als gerade etwas Ruhe eingekehrt ist, erreicht die Pospi-Verstärkung den Planeten. Sechstes Kapitel Peri Rodan zieht sich und die Hyperfunk-Gazelle auf ein Hochplateau zurück und plant den Angriff einzelner Einheiten auf freifliegende Kampfschiffe der Pospis. Zwar gelingt es ihnen, weitere Würfel auszuschalten, doch dabei gehen drei Gazellen verloren. Peri Rodan und Reginald Bull beschließen, einen Würfelraumer zu kapern und als optimalen Kampfstand auf dem Planeten zu landen. Bulli und die beiden Teleporter bringen ein Saugschiff zum Absturz und die Terraner beziehen das neue Quartier. Währenddessen wird die Lage immer aussichtsloser, immer mehr Pospis tauchen auf, von anfangs 100 Gazellen und 50 Flugpanzern sind nur noch 71 Raumer und 33 Panzer übrig. Die Verluste belaufen sich bereits jetzt auf 700 Mann Besatzung. Meldung von Adlan geht ein, dass er binnen zweier Tage vor Ort sein kann. Siebtes Kapitel Die Terraner halten aus und kurz nachdem eine Funkverbindung auch ohne Hanushilfe möglich ist, steht Adlan mit seiner Flotte nur noch eine Stunde vor dem Ziel. Marshall fängt einen Befehl zur Selbstzerstörung auf, der an das Wrackeschiff gerichtet ist. Die Terraner können das Wrack noch rechtzeitig verlassen, sodass nur fünf Panzer bei diesem Hinterhalt draufgehen. Man sammelt sich erneut bei dem inaktiven Transmitter, um dort Adlan und seine Flotte zu erwarten. Adlan taucht auf und kann in einer mehrstündigen Schlacht die Pospis in die Flucht schlagen. Die Narkosestrahler leisten gute Dienste und die anschließende Selbstvernichtung löst das Problem der Fragmentraumer zuverlässig. Adlan und Peri treffen sich, sie bewerten den teuer erkauften Sieg. Peri will die hinterlistigen Akonen nicht bestrafen für ihren Verrat und das Abschalten des Transmitters. Adlan ist da etwas anderer Meinung. Überraschend wird der Transmitter reaktiviert und Akonen des Hohen Rats tauchen auf. Sie klagen Peri Rodan für den Wortbruch an und werfen ihm vor, dem Imperator des Akoninischen Reiches die Koordinaten der akonischen Kolonialwelt gegeben zu haben. Als die Akonen ein Ultimatum von fünf Minuten zur Räumung der Welt aussprechen, flippt Cookie aus und schmeißt sie telekinetisch zurück in den Transmitter. Hano verabschiedet sich und macht nebulöse Andeutungen. Man würde verstehen, wenn man denn weiß, woher die Pospis stammen. Die ersten Hilfeleistungen für die Überlebenden auf dem Planeten beginnen und der Roman endet. Und wir gehen mal rein ins Fazit. In den ersten Kapiteln bringen die terranischen Wissenschaftler ans Licht, dass die meisten Pospis nur so viel Plasma in sich tragen, um den Hass auf die organischen Lebensformen des Universums zu tragen oder auszuleben. Ich mag irgendwie aktuell den Gravitas von Peri Rodan gerade in der frühen Serie sehr gern, gerade im Umgang mit seinen Männern. Gerade beim Willkommen auf der Station im Kapitel 1 und beim Abschied von MS-13 sind das echt schöne Momente, die sich gut lesen lassen. Das wird ja in den nächsten paar Heften auf jeden Fall nochmal ein Thema, wie er sich da gegenüber seiner Leute verhält. Das erste Kapitel hat mich total geflasht. Ich war total davon überzeugt, dass es sich bei dem Planeten um Barkorn handeln muss, dass er endlich in der Milchstraße angekommen ist. Vielleicht war ich danach ein wenig enttäuscht, dass es eben nicht Barkorn ist. Und davon losgelöst war mir das erste Kapitel auch etwas zu umfangreich. Und das hat mich so von meinem Leseerwartung her auf eine falsche Spur geführt. Das hat mich natürlich aufs falsche Pferd gesetzt, das muss man auch ehrlich zugeben. Dafür wurde am Ende ordentlich Zeit eingespart, dass man sich eben nicht mit dem Verlust von ungefähr 700 Raumsoldaten auseinandersetzt, halt auch Peri selbst nicht. Auch, dass Peri gegenüber der Akon so nachsichtig ist, nachdem seine Flotte einen so hohen Blutzoll gezahlt hat, aufgrund der hinterlistigen Motive des Regierenden Rates, finde ich ein bisschen... Entweder haben die Seiten gefehlt oder man hat nicht... Ja, ich hätte dem Peri da auch gegönnt, ein bisschen emotionaler zu sein bei dem Thema, um es mal so auszudrücken. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ganz cool, dass sie hier die Balols auf die Seite der Terraner gestellt haben, aus Gründen. Ihre Motive kennen wir ja nicht ganz genau, die stehen auch nicht drin im Roman. Da hätte ich gern mehr erfahren, wie es dazu gekommen ist, ne? Und wie die drei Terraner zu den Erfahrungen stehen, die sie dann gemacht haben. Deswegen würde ich das sehr, sehr spannend finden, wenn für solche Details vielleicht ein bisschen mehr Volumen vom Text aufgewendet wird. Und dieses erste Ding, so wie es halt immer ist, keine Ahnung, irgendein Kreuzerkommandant erstattet Bericht oder sowas. Oder Peri bekommt einen Bericht und fliegt halt los. Hätte man das wahrscheinlich ein bisschen abkürzen können. Aber hey, ne? Annie Winnie Walkie. Beim Einsatz auf der Kolonie der Arkonen wird erzählt, dass nur eine der 100 Gazellen mit einem Hypersender ausgestattet ist. Und da habe ich so gedacht, so hä, das macht doch eigentlich gar keinen Sinn. Wann baue ich denn ein Kleinstraumschiff, das ich eigentlich als Fernaufklärer einsetzen möchte? Zumindest war es immer so bis jetzt gesagt oder als Allzweckflugzeug. Aber meist eben auch als Fernaufklärer und gebe ihm keine Hyperfunkanlage standardmäßig mit. Also warum nicht? Ich meine, die Sicherheitsmaßnahmen kann man ja auch anders treffen. Aber warum ist nur eine Gazelle von diesen 100 mit Hyperfunkgerät ausgestattet? Und die zweite Frage wäre, warum ist Peri nicht in der mit der Hyperfunkanlage? Das verstehe ich nicht so ganz. Das macht auch hier keinen Sinn. Das ist entweder so eine Künstlichkeit, um die Spannung hochzuhalten oder eben um so ein Spiel zu haben mit knappen Ressourcen nach dem Transmitterdurchgang. Das kann natürlich auch sein. Ich finde es einfach ein bisschen affig, weil das super künstlich wirkt. Alles klar, dann lassen wir es mal gut sein fürs Fazit und kommen mal rein in die Wertungen. Ich finde, es ist ein total rasanter Roman, der echt befriedigend zu lesen war. Nach dem ersten Kapitel wohlgemerkt. Leider ein leichtes Ungleichgewicht ist mit dabei, gerade bei der Textverteilung auf die Handlungsabschnitte. Deswegen gibt es von mir nur in Anführungszeichen 8 von 10 Punkten. Alles klar, und das beendet diese Folge. Wenn ihr Feedback geben wollt, schreibt mir bitte eine Mail an info-at-weltenlieb.com, stardust-ruft-terra-at-weltenlieb.com. Ihr erreicht uns ganz normal über die Kommentarfunktion im Blog oder über soziale Medien. Ihr findet einen Weg. Alles klar, das soll es gewesen sein. Es bleibt mir nur noch eins zu sagen. Ich bin Chris, das ist Stardust-Ruf-Terra. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alles begann auf einer kleinen Messstation am Rande des Interkosmos. Doch die darauffolgenden Ereignisse brachten wieder die Milchstraße selbst ins Spiel und zeigten eindringlich, dass kein Volk der Galaxis vor der Bedrohung von außen sicher ist. Brennpunkt des Geschehens im nächsten Peri-Rodan-Roman, als dessen Verfasser Kurt Ma zeichnet, ist die Welt Avzot, ein Planet unserer Galaxis. Die Abteilung 3 entdeckt auf Avzot die Bestien der Unterwelt.